Ardex P10 SR – das Schnellreparaturharz Mit Ardex P10 SR sind Risse wie weggeschüttelt. Die Verarbeitung ist denkbar einfach. Der Riss wird aufgeweitet und Querschlitze werden eingeschnitten. Dann werden die Wellenverbinder eingelegt. Jetzt wird die Flüssigkeit aus Flasche B in Flasche A gegossen. Das Mischungsverhältnis stimmt immer. Dann einfach wieder den Schraubverschluss zuschrauben und 15 Sekunden schütteln. Fertig ist das Gießharz und zwar vom Feinsten. Nachdem die Verschlusskappe auf die gewünschte Breite aufgeschnitten wurde, können die Risse immer sauber und präzise verfüllt werden. Zum Schluss noch die Oberfläche mit Ardex QS Quarzsand absanden. Nach dem Trocknen abfegen und fertig. Hier noch einmal die Produktvorteile im Überblick. Ardex P10 SR ist ein Silikatharz zur kraftschlüssigen Verbindung von Estrichrissen und Fugen. Er ermöglicht eine einfache und saubere Handhabung mit einer komfortablen 10-minütigen Verarbeitungszeit. Dabei ist das Produkt geruchsneutral und lösemittelfrei. Wellenverbinder und Einmalhandschuhe sind bereits inklusive. Sehr emissionsarm EC1 plus R. Auch Teilmengen sind im Volumenverhältnis 1 zu 1 leicht anmischbar. Ardex P10 SR – das Schnellreparaturharz.